Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rolldown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, schaut euch das hier an. The Unruly Ranch. Acht Minuten noch. Ich habe jetzt noch vier Kämpfe. Scheinen wir wohl zu gewinnen. Ja, auf, los geht's los. Gegen Jaguoli. Alles nicht wirklich zufriedenstellend. Komm, dann fangen wir an mit der Tina. Wenn ich jetzt allerdings fünf Minuten brauche, um mich für eine Karte zu entscheiden, dann ist das natürlich nicht gut. So. Ja, aber du weißt, dass ich pro Match mindestens zwei Minuten, wenn ich hier brauche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist sehr, sehr doof. Du musst dich schnell für eine Karte anschreiben. Ich weiß es. Oh mein Gott. Nicht lange drüber nachdenken. Ich muss drüber nachdenken, weil ich will es ja auch nicht verlieren. Kannst nicht so lange drüber nachdenken. So. Jetzt habe ich es gewonnen. Ja, jetzt war einfach irgendwas. Jetzt habe ich es gewonnen. Jaguoli. Oh mein Gott. Ich brauche das lange. 103 Angriff hat die vorne jetzt gehabt. 90 Punkte geholt. Noch drei Matches. Auf geht's. 8 Minuten 3 Matches ist locker eigentlich. 7 Minuten sind es wahrscheinlich nur noch. Naja. 7 Minuten 30. So. So, ich packe jetzt schon mal meine Account rein. So, jetzt geht es weiter, Leute. Und ja, Gilde 2 ist jetzt auch drin. Gegen Franz Griffin. Ja, schaut euch das an. Gegen Franz Griffin. Gegen Franz Griffin. Hammer. Sensationell. Auch hier das Ergebnis. Franz Griffin ist tatsächlich eine der allerersten Gilden, die es jemals gab. Sehr stark gewesen. Und Gilde Nummer 2 gewinnt dieses Match jetzt hier. Gegen Franz Griffin. Unglaublich. Na, sensationell. mal kurz raus. Dann gehen wir mal wieder rein. Noch mal zu gucken, wie es ausschaut. So. Und. Wow. Bobby Liegestütze. Gagaball. Gegen Dündum. 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 Ja, Mann. Ja, Mann. Komm auf jetzt. Setz die Karten, ey. So nett. Jawohl. Und den noch. Und dann sind wir durch. Wow. Snot Rocket hier noch schnell reingeballert. Und dann schauen wir mal. Gegen Dündum. Ja, Mann. Nochmal der Klasse 100 Gold. So, ich gehe dann hier nochmal jetzt raus aus dem Match und gehe nochmal rein. Und dann schauen wir uns mal die Punkte gleich an. Also. Wow. Äh, ja. Gucken wir mal. Kadli. Wieder mit einer glatten 1000. Nati. Wahnsinn. Andrelo. Gabriel. Die. Ken Burger. Drei Fuchs. Zardox. Alexander. Jesse. Herr gleich zwei. Phobos. The Kings. Nords. Ililil. Manubaya. Dan the Man. X-Strike. Stewie. Veni. Knuckster. Eisenzwerg. Lord Universe. Schmobi. Badass Charlin. Ich muss hier nochmal ganz kurz so. Eine sitzen. Hussein. Wovan. Blaze to Tear. Oshie. Magler 500. So, jetzt kann ich auch die Automatik reinmachen, weil jetzt passiert hier nichts mehr. Raffi. Traffi. Nüsse 2. Mark Foul. 21 Savage. Georgios. Albertus. Simal. Quark Müller. Max Max. Tovelli. Ich kann den Namen. Witenam. Witenam. Marunga. Kann ich kaum lesen. So. Ja, und hier sind wir jetzt auch durch. Also wir jetzt kaum lesen können. Ja, aber so klein auf deinem Handy, das ist unfassbar. Hä? Das passt voll. Na gut, meine Augen werden auch nicht immer auch nicht mehr besser. Ja. Ja. So, ähm. Von vielen YouTuben und so weiter. YouTube Streamen und so machen und so. Ja, genau. Dafür wird eine Umschicht. So, also jetzt gucken wir mal hier rein, der Unruly Ranch. Gegen die haben wir auch noch nicht. Wie viele haben denn eigentlich hier gekämpft? Ähm. Hier haben wir gekämpft bei Franz Griffin 38. So, hier haben wir gekämpft 45 von Unruly Ranch und bei uns, gucken wir mal rein. Bounty. 993. Updamm. Dietronic. Frankensee. Chris. Junkett. Robert. Stromi. Teklis. Dann komme ich. Ich habe ein Match verloren. Habe ich ein Match verloren? Nein, habe ich nicht. Habe ich ein Match verloren? Nein, habe ich doch nicht. Hä? Kings. Topdust. Tomek. Der Pater. Crow. Dennis. Eat Fresh Food. Gamer Guy. Ulrike K. Rikki. Spanish. Ja, ja, ja. Fab Burger. Big Big. Oli. Zett. Gecko. Nero. Spider. Brownie. Manuel. Michael. Dani. Marlene. Krabby. A. Krancus. Apokalyptica. Sonja. Reverend. Thomas Kuki. Mimo. Ansgar. Jojo. Henny. Tularis. Casey. Remington. Und Barney. Und die letzten zwei Minuten lassen wir jetzt einfach hier durchlaufen. Jetzt müssen wir nochmal die Einmal dazu machen. Hallo da. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute auf diesem Podcast. Heute geht es jetzt die Punkte. Für den Punktestand, ähm, ja. Wir spielen gegen Franz Griffin in Gilde 2 und in Gilde 1 gegen Unruly Ranch. Ja, da gucken wir mal ganz kurz hier in die Matches rein, weil hier kann man es auch nochmal der Wicked, also das Ergebnis war gar nicht mal so schlecht. Wicked Guild, Annie Lina besiegt, Face the Fuzzy Ass, da haben wir verloren gegen Osteria, Rus, UA, Belarus gewonnen, Hazelwood, Hoodlums besiegt, The Jester's haben wir verloren, Kronenberg, Gold. Vorbilder 2, Vorbilder 1 gegen Unruly Ranch. Nein, 127, das ist was anderes. Kronenberg World, Dark Carnival 420 und Slayer Nation. So, und das jetzt hier gewinnen wir auch. So, dann gucken wir hier mal rein in die Matches. Das ist Matchmaking Ranking. So, Necro Goblikons besiegt, Rainbow Deckers besiegt, Herole Knights verloren, Hokus Pokus, das war so knapp verloren. Toon Squad gewonnen, The Joes verloren, Free Range Zombies gewonnen, The Next Train besiegt gegen die Globalized Rules, auch knapp verloren. Ja, ein bisschen schade, gucken wir mal ganz kurz in die Skills Ranking noch rein. Chris, Franken, Seed, Dytronic, Bounty, Abdem, Tomek, Nero, Dennis, Ah, Topdas, Robert, Krabby, Stromi, Jaya, bei mir reißt du noch für Platz 15, Ricky, Spanish, der Pate, Kranco, Skings, Michael, Manuel, Spyder, Tularist, Oli Zett, BigPick, Dani, Mimo, Teclis, Junkhead, Eat Fresh Food, Brownie, Gecko, Casey, Remington, Fatburger, Ansgar, Grumeli, Henny, Marlene, Sonny, Ulrike, Thomas Cookie, Apokalyptica, Jojo, Gamerguy, Reverend, Crow, Barney, Hacieler, Dunkel, Funken, Poker Stars, Paolo und jetzt, ja, oh, gehen wir hier auch nochmal ganz kurz, hier reicht es auch noch, jetzt gehen wir erstmal zurück, dass wir den Sieg sehen, Sieg und Sieg, sehr nice, dann gehen wir hier auch nochmal schnell durch die Gilden, Dinger durch, so Kadli, mit fast einer perfekten Punktzahl, Nati, The King, Kenberger, Gabriel, Alexander, dann komme ich auf Platz 7, Jesse, Dan, Dan The Man, Snortz, siebenmal, Zardos, Phobos, Vini, Mark V, Lord Universe, Ililil, Mark Lover 500, Player, X-Trike, Nuxer, Schmobi, Dreifuchs, Georgios, Oshii, Wovan, Stewie, Real Huskish, Malovaya, Andrelo, Rafi Trafi, Marunga, Hussain, Place to Tear, Betas, Charlene, Toboli, 21 Savage, Quackmüller, Max Max, Nusser, Tino HD, James, Albertus, Eisenswerg, Der Relikt, Wietnam, Copper Donard und dann noch ein paar da unten, die einfach nichts gemacht haben. So, wenn es euch gefallen hat, also erstmal congrats an beide Gilden, dass sie so stark performt haben. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich es ja wieder liken, auch wenn es ja noch einen Unzelluss.